In unserem Land braucht das Akrobatik-Ensemble Trier keine Bühne mehr. Denn Bankenrettungen sind uns wichtiger als Kultureinrichtungen. Gabriele S., Lehrerin, nutzt das Internet nicht. So bereitet sie unsere Kinder optimal auf die Zukunft vor. Lutz Christian A., Historiker, hat vom Arbeitsamt die Chance bekommen, auf der Baustelle zu arbeiten. Was will er da noch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Anna R. wird zu Recht an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Wieso lässt sie sich auch mit kriminellen Pflanzen ein? Frank und Robert M. wollen eine Familie gründen? Da geben wir Kinder doch lieber ins Heim als in die Obhut dieser Eltern. Schahid A. arbeitet in Deutschland. Natürlich interessieren wir uns da etwas genauer für ihn. Und am 22. September ist Bundestagswahl? Warum da noch wählen gehen? keep guerra Mats? 堂 Su dediąayan sich ja auch mit ihm, okay, wir sehen uns da noch ما am, bis zum nächsten Mal, die Zeit von mother in Deutschland. und ab hier dachten, bis zum nächsten Mal in Deutschland. erst mal hin,